Willkommen zurück zu Let's Play Doom So Okay, na Von hier kamen wir, glaube ich Ah ne, äh, stimmt ja, neues Level Muss ich mich erstmal wieder dran erinnern, dass wir ein neues Level hier startet haben Aua, Aua, von wo? Achso, da oben Hau ab, weg mit dir Okay, der, also dort oben sind dann doch wohl beide Tote, hier ist ein, so einer Hm, was ist das hier? Da sind davon welche So, ah, da will ich nicht runter Hm, so einer Ah, stimmt, viel Munition haben wir ja immer noch nicht So Munition sparen ist wichtig Jetzt können wir eh alles zusammenschlagen Ich teste mal, was hier unten ist Da kommt man nicht runter, okay Anderer Weg Muss gesucht werden Vielleicht hier lang Nur mal so ne Idee Na toll, wirklich Was Also hier ist nichts Eine Tür sehe ich hier auch nicht Na gut, dann geht es wohl wieder zurück Aber Gegner höre ich hier überall noch Wo kommt ihr denn her Was bist du? Oh, Höhlenbaron Oh Ach nö Da speichert man mal für ein paar Sekunden nicht mehr Und schon ist man wieder ein ganzes Stück zurück Auf jeden Fall gegen den Höllenbaron mache ich Oder gegen einen Höllenbaron Mache ich am besten mal keinen Faustkampf Das ergibt keinen Sinn Willst du auch mal Was ist da? Dankespiel Warum Was auch immer jetzt mit dir los ist Jetzt kann ich je neu starten Da komme ich nicht mehr raus Eben habe ich die alle mit einem Schlag gekillt Und nun Nicht mehr So Höhlenbaron Dann Was ist denn die stärkste Bar für dich dabei? Ja, 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 die Sollte es zumindest sein Schön daneben Ja, natürlich Wo ist denn die Schottgun? Nein Aua Aua Gut, jetzt haben wir Jetzt haben wir hier mal Lebensprobleme Das war gerade verdammt knapp Dann hier durch Äh, nein So einfach lasse ich mich nicht treffen Nein 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 Ja doch Oh, ein bisschen nah Ein bisschen nah Ich komme nicht weg Das Darf ich den? Ja gut, das verschwende ich jetzt mal nicht für den So Dann kann es doch wieder auf dem dritten gespeichert werden Aha Hier ist wieder Heilung Und hier sind Schmerzen Aha Aha Das ist glaube ich eine gute Waffe Wenn ich mich jetzt richtig daran erinnere Hau ab Nein Hau ab Hau ab Okay Ich lade nochmal zurück Ach nö Ach egal Ja toll Kein Leben dazu bekommen Also Nicht weniger verloren Gut, da unten gehen wir jetzt nicht lang Hier gab es noch den Weg Okay Den blauen Schlüssel dafür Habe ich noch nicht Hier gibt es aber Rüstung Okay, dann ist das hier unten ja wohl der einzige Weg Hier ist ja noch ein Weg Okay, hier ist noch ein Weg Okay, hier ist noch ein Weg Hier bin ich gerade aus Versehen reingerannt Aua Aua Nicht gut, nicht gut für mich Ich bin tot, verdammt Berechnet dann auch bitte damit, dass hier so viele Gegner sind So, dann können wir die hier mal testen Wer ist tot Okay, aber nicht für den hier Der ist es mir nicht wert Dafür so viel Munition zu verbrauchen Ich glaube zwei Schüsse hat er davon überlebt Oder ich habe den ersten Schuss einfach nicht getroffen Das kann auch sein Heilung Heilung Stirb Stirb doch mal Aua Das tut weh einmal Oder zweimal sogar Und da hinten kam jetzt ein Shotgun runter Oh verdammt Gut, da hätte ich drauf... Oh, was ist denn hier noch? Ah, hier ist der blaue Schlüssel Und das wieder runter Ich bezweifle erstmal Okay, das ging wieder runter Das hier nicht Ja, das ist blöd Komm runter Hier oben nochmal speichern Und dann hier lang Na, komisch Der hat mich nicht gewischt So, was gibt es auf der Seite noch? Okay, wieder hier Hau ab Ach, toll So, ich habe allerdings keine Ahnung Wo die blaue Tür ist Ich sehe die leider auch gerade Ah, nee, das hier war die doch Naja, das hier ist sie Und Exit Das sieht nicht nach Exit aus Das ist der Exit Kills 94% Items 71% 71% Und Secret 50% 2, 3, 3 Naja, nee 9, 57 Okay Und dann sind wir nun dort Er lebt noch Ein bisschen Okay, das war vielleicht Keine gute Idee Aber Ich beende jetzt Erstmal den Part Ist zwar ein relativ Kurzer Part Aber dann Bis zum nächsten Mal Aber dann ist es Untertitelung des ZDF, 2020